hey freunde willkommen heute zum test der superfly vom lidl 20 23 wir haben hier eine top neuheit in meinen augen ich mag die batterie sehr und zwar haben wir hier 45 schuss in kaliber 20 mm wir haben ja eigentlich schon fast alles gesagt zu der batterie sei gesagt schaut sie euch unbedingt an wenn ihr sie nächstes jahr bekommt holt sie euch unbedingt die technischen daten für euch noch mal im überblick wir haben hier wie gesagt eine 45 schuss batterie mit einer nim von 340 gramm kostenpunkt 14,99 wie gesagt im lidl 20 23 machen wir weiter mit der superfly so so Untertitelung. BR 2018 Bis zum nächsten Mal.